Herzlich willkommen auf Casinoverdiener.com. Wir erklären dir heute, wie du Golden Sevens online spielen kannst, entweder kostenlos oder mit Echtgeld. Start auf Casinoverdiener und klicke dich mit dem gelben Knopf weiter zu Stargames. Den Link findest du unter dem Video. Du bist jetzt auf Stargames und musst dich kurz registrieren. Wähle einen Nutzernamen und trage deine E-Mail-Adresse in das Formular ein. Anschließend wählst du ein Passwort, gibst den Sicherheitscode ein und akzeptierst die AGBs. Jetzt kannst du auf kostenlos spielen klicken. Du musst jetzt noch dein Spielerkonto aktivieren. Rufe dazu die Mail von Stargames in deinem E-Mail-Postfach ab und klicke in hier auf den Link. Hier siehst du, wie die Seite von Stargames aussieht, wenn du den Link geklickt und damit dein Konto aktiviert hast. Du kannst jetzt direkt auf ein Spiel klicken und kostenlos mit Stars loslegen. Klicke auf Konto aufladen, wenn du Golden 7s mit richtigem Geld und um echte Gewinne spielen möchtest. Klicke auf der nächsten Seite auf jetzt einzahlen und trage dann den Betrag ein, den du einzahlen möchtest. Jetzt bekommst du sofort einen Bonus auf deine Einzahlung, der dir im blauen Fenster angezeigt wird und kannst mit 20 Euro spielen, wenn du 10 Euro eingezahlt hast. Um dir den Bonus wieder auszahlen zu lassen, musst du so viele Spiele mit einem Mindestumsatz von einem Euro machen, wie du Bonus-Euros bekommen hast. Mit Skrill von Moneybookers kannst du zum Beispiel Geld überweisen. Fülle das Formular aus, wenn du noch kein Konto bei Moneybookers hast. Wenn du schon eins hast, kannst du dich einfach unten einloggen. Bestätige noch die Zahlung und dann hast du erfolgreich 10 Euro eingezahlt. Mit dem Bonus kannst du jetzt gleich mit 20 Euro loslegen. Klicke oben auf Casino und suche Golden 7s in der Liste aller Spiele. Klicke auf das Logo und warte, bis das Spiel in deinem Browser geladen hat. Du bist jetzt in der Lobby und kannst dir einen Automaten aussuchen. Wähle jetzt noch dein Limit und klicke auf Einzahlen. Unten kannst du deinen Einsatz pro Runde festlegen. Klicke auf Start, damit sich die Walzen drehen. Casinoverdiener.com wünscht dir viel Spaß mit Golden 7s bei Stargames. itären.com